Willi! Ja, bitteschön. Lecker, ne? Ja, der Papa filmt schon wieder, ne? Das kennst du ja schon mittlerweile. Jetzt schon wieder die Gabel hier? Jetzt ich? Okay. Bitteschön. Ah, das ist so toll. Ja, rein in den Schnabel, genau, super. Okay. Machst du gut, Schatz. Ja, hast du ein bisschen Fleisch, brauchst nicht deine Finger essen. Hast du aber richtig Hunger, was? So gut geschlafen und jetzt Kohldampf ohne Ende, ne? Okay. 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 Ja, aus dem Mund. Ja, da hing was am Mund. Hier, Nachschub. Schmeckt das? Nudeln magst du, ne? Nudeln magst du, ne? Ja. Was für eine Frage, ne? Ich glaube, Nudeln mag jedes Kind. Ja. 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 Dankeschön. Du bist am Schäkern. Du bist am Schäkern. Ja. Ja. Nachschub. Das ist der Hände. Mhm. Bitte. Ganz schöner Kratzer, ne? Auf der Lange. Ja, war halt schon wieder gut. Sieht schon wieder gut. Lecker. Schieb's in den Mund, Mira. Ist lecker. Ist Käse dran, Schatz. Käse magst du. Soll ich abmachen? Doch, Käse magst du. Soll ich abmachen? Doch, das magst du, Schatz. Ist ne Nudeln. Ist lecker. Ne, magst du nicht? Du hast ne Meise manchmal. Doch, das sind Nudeln. Die magst du, Schatz. Ne, möchte ich nicht. Schatz, danke. Gibst du es mir bitte? Gibst du es mir bitte? Super. Dafür stellst du mich. Du bist ein Schweinchen. Nicht? Geh, bitte, vielen Dank. Ich hab mich geho tragedie.